Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 10 gegen Willi mit dem ganzen Team Kids Meet. Und es läuft wie immer, ich werde jetzt alle hier aus diesem TS-Channel rauswerfen, bis auf die erste Person, die anfängt. Tschüss. Sepp, ich lass dich mal hier. Oh Gott, ich hab gerade hier Wasser geäxt. Letztes Mal hast du dich beschwert, dass dein Begriff unfair war, es war nämlich Hut. Gut, diesmal ist der Begriff, wo du mir 10 Sachen zu sagen musst, Haus. Oh, Haus, das ist ja geil. Tür, Fenster. Ja, das ist glaube ich schon, das ist ein solider Start, würde ich jetzt mal sagen. Haus, ein Haus hat ja eigentlich, Haus hat nicht immer einen Garten. Zimmer? Zimmer macht irgendwie Sinn. Küche? Also eigentlich, eigentlich, eigentlich würde ich jetzt easy die Wohnräume durchgehen. Küche, Schlafzimmer, Toilette. Ich würde auf jeden Fall, denk mal an den Hut. Denk mal an den Hut. Achso, du meinst so, so Alternativen? Ne, ich denk so an Dach. Achso, an Dach, ah, okay. Ja, doch, das find ich auch ganz gut. Ich glaub, Dach ist auch auf jeden Fall smart. Ja, ich bin dir da so unsicher, ob man jetzt sagt Ziegelstein oder... Ja, das weiß ich halt auch nicht. Oder Keller, keiner von uns hat einen Keller. Jeder hat ein Wohnzimmer, ein Esszimmer, ein Schlafzimmer, eine Küche. Ja, ein Klo. Also willst du dann auch Wohnzimmer und Esszimmer? Also das ist halt bisher Tür, Fenster, Zimmer, Küche, Schlafzimmer, Toilette, Wohnzimmer, Esszimmer. Ja, das sind dann die Hauptzimmer. Hatten wir Dach? Dach hatten wir auch? Ne, Dach hab ich jetzt noch nicht aufgeschrieben, okay. Ja, Dach find ich aber ganz... Das ist eine neun. Haus vom Nikolaus ist, glaub ich, weit hergeholt. Ja, das würd ich auch sagen. Da wird nur Christian drauf kommen, bestimmt. Ähm. Haus, Haus. Wie viele sind das insgesamt dann? Neun hast du jetzt aktuell. Also du bräuchtest noch einen Begriff. Einen Begriff für Haus. Findest du... Also ein sehr, sehr gutes Thema. Ich bin da sehr drin. Deswegen! Aber alle anderen halt nicht. Das ist das Problem. Ich könnt jetzt... Ich hab hier so eine Riesenliste. Mit Sachen, wo Fragen draufstehen für unser Haus. Fassade. Garage. Eigentlich Garten. Also Garten, aber bei einem Haus. Keiner von uns einen Garten. Garage hat auch keiner. Ähm. Treppe. Haus hat immer... Ne Tre... Dabei find ich gar nicht so schlecht. Ich versuch immer so aus Brams Sicht zu denken. Oder Etage. Bram geht da immer so simpel dran. Ich glaub Keller. Ich glaub mit Keller geh ich noch. Keller. Okay. Wir haben hier einen Keller. Okay nochmal. Ich geh dir nochmal durch. Du hast Tür, Fenster, Zimmer, Küche, Schlafzimmer, Toilette, Wohnzimmer, Esszimmer, Dach und Keller. Ich bin gerade unsicher. Ich bin gerade unsicher. Toilette ist ja eigentlich sowas wie ein Gästeklo. Oder Badezimmer. Aber eigentlich ist es ja ein Badezimmer. Ich würde eher Badezimmer nehmen. Okay, verstehe ich. Steht Bad dann auch, wenn die Bad sagen? Nein. Na ja, dann nehmen wir Badezimmer. Komm mal hier. Wir haben Schlafzimmer, Badezimmer. Also immer mit Zimmer. Ja, du hast auf jeden Fall die fünf Zimmers. Du hast Zimmer, Schlafzimmer, Badezimmer, Wohnzimmer, Esszimmer. Wie heißt das eigentlich mal Zimmer dahinter? Das ist ja komisch. Ja, das kommt bestimmt irgendwo her. Aber wissen tue ich das auch nicht. Okay, da ziehe ich mal unseren Kandidaten eins. Oder zwei dann eher. Hallo, Jonathan. Hallo. Hallo, Jonathan. Was ist los? Wir planen gerade. Ja, sehr gut. Folgende Situation. Ja. Ich bin überhaupt nicht fertig drin, Alter. Ich muss mich jetzt erst mal da reinarbeiten. Du weißt ja auch den Begriff nicht. Ich nenne dir sofort einen Begriff und du musst mir innerhalb von 45 Sekunden ganz viele Sachen sagen, die dir dazu einfallen. Mhm. Sepp hat vorher zehn Begriffe definiert und jeden, den du davon triffst, kriegst einen Punkt. Mhm. Wenn er nachher die meisten hat, kriegt Sepp auch die Anzahl der Punkte. Aber gut. 45 Sekunden Zeit laufen sofort, sobald ich dir den Begriff nenne. Der Begriff lautet Haus. Haus, Dach, Tür, Fenster, Garten, Sebastian, Familie, Kaufen, Keller, Schlafzimmer, Küche, Flur, Kinderzimmer, Licht, Lampe, Haus bauen, Baustelle, Straße, Auto, Garage, äh, renovieren, äh, Fertighaus, äh, Tipee, äh, Bungalow, Hochhaus, bauen, äh, Bauarbeiter, äh, Dachziegel. Und deine Zeit ist vorbei. Oh, Alter, hui, aber da hab ich auch rausgeknallt, fand ich. Ah, richtig geballert. War eigentlich nicht schlecht, aber ich sag dir natürlich noch nicht, wie gut oder schlecht das war. Äh, stattdessen zieh ich jetzt hier, während ich die Uhr neu einstelle, schon mal die zweite Person. Das ist Christian. Hallo, Christian. Das hier bist du da. Ah ja, er ist da. Sehr gut. Also nochmal für dich zur Erinnerung, ich sag dir sofort einen Begriff, du hast 45 Sekunden Zeit, um alles zu sagen, was dir zu diesem Begriff einfällt. Versuche, die Begriffe zu nennen, die auch Sepp genannt hat, auch wenn du das nicht weißt. Okay? Ja. Die 45 Sekunden laufen ab dem Moment, wo ich dir das Wort sage. Das Wort lautet Haus. Hausbau, Eigenheim, Heim, Kredit, Grundstück, Penis, Penis, äh, Hausdach, Haustür, Hausmeister, äh, vier Wände, was hat ein nächstes? Die Antwort. Eigenheim hatte ich schon, Heim, ähm, Garten, äh, Keller. Dachboden, Kinderzimmer, Wohnzimmer, Küche, Esszimmer, Arbeitszimmer, äh, Quadratmeter, äh, Finanzierung. Zeit vorbei. Bausch. So. Okay. Stopp. Okay, markieren wir uns das mal. Nein, nicht so, sondern so. So, und dann ziehen wir zu guter Letzt noch den Brammen. Hallo, Dennis. Hallo, Peter. Nochmal kurz zur Erinnerung. Ich sag dir sofort einen Begriff. Sag dann in 45 Sekunden, so viel wie dir dazu einfällt. Und denk dran, Sepp hat die zehn Begriffe vorgegeben. Okay? Okay. Wieso wird er zu betont? Ja, ich will, das hat nur, nur nochmal Erinnerung, weil wir das schon länger nicht mehr aufgenommen haben. Es geht halt darum, Sepps Begriffe zu treffen. Äh, deine Zeit läuft, sobald ich den Begriff genannt habe. Der Begriff lautet Haus. Äh, Flur, Kaufen, Mietvertrag, Darlehen, Kredit, äh, Tapete, Küche, Wohnzimmer, Schlafzimmer, äh, Computerzimmer, Spielzimmer, Kinderzimmer, Schlafzimmer, Toilette, Badezimmer, Waschraum, Hauswirtschaftsraum, Grundstück, Garten, Schaukel, Hütte, Rasen, Fenster, äh, Schornstein, Treppe, Tür, Eingangstür, Haustür, Briefkasten, Post, Chalosie, Einrichtung, Möbel, Besteck, äh, Geräte, Geräte, äh, Elektrogeräte, Herd, Ofen, Mikrowelle, Backofen, Spülmaschine, äh, Türklinke, Fliesen, Fliesen, Laminat. Bram hat auch richtig geballert, ey. War ordentlich, richtig ordentlich geballert. Bram hat das ganze Haus gebaut, ey, mit jedem Knopf und jedem Griff und allem. Nice. Okay, interessant auf jeden Fall. Sebastians erster Begriff war Tür. Den hatte jeder von euch. Äh, Sebastians zweiter Begriff war Fenster. Den hatte jeder bis auf Christian, also den hatten Jay und Brammen. Dann, übel, Sebastians dritte Begriff war Zimmer. Ja. Aber Zimmer alleine hatte keiner. Äh, das ist nicht passiert, genau. Stattdessen nur Kombinationen, aber keine Sorge, die Kombinationen kommen nachher auch noch. Ähm, Küche hatte Sebastian dann, hatte jeder von euch. Schlafzimmer habe ich bei Jay und bei Brammen gehört. Badezimmer nur bei Brammen. Also es gab ganz häufig Toilette, WC und Gästeklo und sowas habe ich alles gehört. Aber Badezimmer habe ich nur von Brammen gehört. Wohnzimmer von, äh, Christian und Brammen. Esszimmer nur von Christian. Ähm, Dach von Jonathan und Keller von Jonathan und Christian. Das habe ich aber echt verkackt, ey. Fühlt sich jemand ungerecht behandelt? Dulli, ey. Bist du schlecht. Ich weiß halt nicht mehr. Ich kacke. Wird schon stimmen. Sechs hat Jay geholt. Zwei, drei, vier, fünf hat Brammen geholt. Ach Quatsch, Christian, Entschuldigung. Äh, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und sechs hat Brammen geholt. Das heißt, sechs für Sebastian. Und es ist sehr ausgeglichen noch in der ersten Runde. Oh ja. Das fuckt ab, ey. Ja, da hättest du mal mehr machen können raus. Ja, Sepp hat quasi alle Zimmerkombinationen. Ja, das fuckt mich ab. Ich dachte, das war so einfach eigentlich. Dann, also das lieb. Wenn du da einmal bei den Zimmern bist, dann gehst du ja alle durch. Aber man ist ja auch im Stress. Ja, genau. Und dann, keine Ahnung. Esszimmer hat vielleicht auch nicht jeder. Ähm, gut. Als nächstes bleibt Jay hier. Ja. Und dann gibt's die nächsten zehn Begriffe. Geilo Tro... Äh? Ups. Hahaha. Ah, wir haben ja rausgeschmissen. Ja, tut mir leid. In der Zeit ist niemand von alleine rausgegangen. Und dadurch ist die Reihenfolge anders gewesen. Und in der Sekunde hat sich mein Klick dann geändert. Okay, dein Begriff lautet Doktor. Arzt? Ja. Äh... Die werden ja wohl auch... Die werden ja wohl auch Tierarzt sagen. Das kann ich mir gut vorstellen zumindest. Dann sagen die Jay. Ah. Dann gehen wir wieder aber zurück zu Krankenhaus. Praxis. Jetzt ist die Frage. Kommen die dann? Ohrenarzt? Äh... Kann natürlich sein. Die ganzen Kombinationen. So wie Zimmer. Wobei... Zahnarzt. Zahnarzt macht Bram auf jeden Fall. Ja, stimmt. Zahnarzt. Äh... Ich schreibe die dir gerade selber noch im PS. Ich seh das. Ich schreibe aber auch mit. Arzttierarzt. Jay, Krankenhauspraxis. Ist schon eine Praxis. Ja, so. Jetzt könnte man überlegen, ob sie auf... gesetzlich versichert, privat versichert gehen. Oh, da wäre ich glaube ich nicht drauf gekommen zumindest. Doktor. Ja, Studium finde ich auch weit hergeholt. Ich sollte eher bei Doktor bleiben. So was vielleicht wie Krankenschwester oder so. So was. Keine Ahnung. Ja. Vielleicht kommen die mit Doktor Haus. Vielleicht sagen die auch so was. Aber es ist wieder zu weit. Ich glaube wir sollten wirklich beim Begriff Doktor selber nur bleiben. Und nicht irgendwie... Keine Ahnung. Vielleicht gehen die auch nach den unterschiedlichen Doktortypen. Wie beispielsweise... Medizin. Ist doch so ein Begriff, den man mit dem Doktor zusammenbringt. Medizin ist nicht schlecht, ja. Medizin finde ich gut. Medizin. Also Arzt, Tierarzt. Jay, Krankenhauspraxis. Zahnarzt, Medizin. So, dann heißt es mal nur drei Ärzte. Äh, was braucht man für Ärzte? Was ist denn wichtig? Was ist denn wichtiger? Allgemeinmediziner ist eigentlich wichtig. Aber das ist halt auch wieder super weit. Als ob die jemand Allgemeinmediziner dann sagt. Kann ich mir auch noch nicht schütteln. Ey, so eine Scheiße. Okay, wo geht man denn noch an? Zahnarzt, Augenarzt, vielleicht Ohrenarzt. Hautarzt gibt es noch. Ja, Urologe. Wie nennt man den Urologen auf Deutsch? Hä? Ist das nicht ein deutscher Begriff? Frauenarzt, pass auf, Frauenarzt machen wir. Okay. Frauenarzt ist Standard, finde ich. Da gehst du auch immer als Frau zumindest, äh, einmal jährlich mindestens hin. Dann nimmst du noch Männerarzt. Jetzt heißt doch nicht Männerarzt. Ich dachte richtig, ich glaube, man nennt das einfach Urologe, ehrlich gesagt. Ich kenne keinen anderen Begriff. Ja, halt so, ne? Okay, wir haben mit eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Frauenarzt, frauenarzt finde ich gut. Wir haben alle Brillen. Augenarzt. Und? Meinst du, die denken auch vielleicht an sowas wie Chirurg oder OP oder sowas im Krankenhaus? Ja, warum nicht Chirurg? Eins, Moment, Arzt war mein, Moment, wir haben ja Doktor, ne? Doktor ist das Ding, heißt eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, acht, zehn. Ja, keine Ahnung, ich glaube, das ist, ich bin mir noch nicht so sicher, ob das so geil ist, aber wir werden mal schauen, ob die in die Richtung gehen. Ich meine, was würde man sonst bei Doktor sagen, außer, dass die jetzt irgendwelche Ärzte nennen. Keine Ahnung, Spritze, Pillen. Ja, ja, ne, 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 gefällt mir alles nicht. Okay, also. Doktor ist ein weitumfassendes Thema, aber es ist zumindest eins, was. Ja, Haus aber auch, deswegen ist schon, ist schon okay, also, ja, hol sie, hol sie hoch. Okay, ich hol sie, ich hol sie hoch, nehmen wir erstmal Sepp. Hallo Sebastian. Oh, hallo. Ne, du weißt ja jetzt, wie das Spiel läuft. Äh, wie ging das, wer, da hat es denn das vorgegeben? Äh, laufen, sobald ich dir den Begriff nenne, der Begriff lautet Doktor. Doktor, Kittel, Arzt, ähm, Arztgehilfe, Doktor, Krankenhaus, OP, ähm, Blutpatient, äh, Visite, Doktor, Wartezimmer, ähm, Doktor, krank, Krankheit, Schnupfen, Erkältung, ähm, Doktor, ach, wie hießen das? Tyroskop, irgendwas, Endoskop, ähm, Doktor, Titel, Doktor, Uni, Studieren, Arzt, äh, Doktor, Titel, äh, Doktor, Praxis, ähm, Allgemeinmediziner, ähm, Doktor, Titel hab ich glaube ich achtmal schon gesagt. Vorbei, 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 vorbei. Wenn mir nichts einfällt, Doktor Titel, Doktor Titel, what the fuck? Ey, JV, du hast Doktor Titel nicht genommen, ey. Da waren ein paar gute Sachen, weil, muss ich sagen, ja genau, J, ja genau, da waren generell, finde ich, ein paar gute Begriffe bei, J, also, da, okay, ich bin gespannt. Okay, dann ziehen wir doch mal den Christian, ne, den Bram ziehen wir jetzt mal als erstes, vorher. Hallo Bram. Hallo Peter. Okay, pass auf, deine 45 Sekunden laufen, sobald ich dir den Begriff genannt habe, der Begriff lautet Doktor. Tiermediziner, Arzt, äh, Hund, Katze, Maus, äh, Krankenschwester, Röntgen, Chirurg, Unfallchirurgie, Ambulanz, Unfall, Verletzung, Tod, Vernichten, Krankheit, Virus, Bakterien, äh, Internist, ähm, Blau, Grün, Schutz, Mundschutz, Desinfektionsmittel, Skalpell, Operation, äh, Allgemeinmediziner, Allgemeinmedizin, Medizin, ähm, boah, Handschuhe, Gummihandschuhe, Latexhandschuhe, Tiere, Veterinärmedizin, Veterinäramt, Veterinär, Humanmediziner, Humanmedizin. Zeit vorbei. Ach, das, äh, ist eine interessante Kategorie, als ich mir erst gedacht habe, muss ich sagen. Holy shit. Okay. Ich kann mir nur Jays Gesicht gerade vorstellen, das ist gerade köstlich, aus meiner Perspektive. Jays weint, Jays weint einfach nur. Okay, last but not least. Christian. Hallo Christian. Hallo Peter. Gleiches Prinzip, ne, deine 45 Sekunden laufen, sobald ich dir den Begriff genannt habe. Der Begriff lautet, Doktor. Doktor of Spiritual Healing, äh, Doktor J, Arzt, ähm, Medizin, ach, wie heißt das, Doktor der Medizin, äh, Doktor der Philosophie, äh, Arztspiele, Arztbesuch, noch, medizinär, ähm, ähm, Krankenhaus, äh, Notarzt, ähm, OP, Operation, Patient, ähm, Doktorspiele, ähm, äh, was gibt dir noch? Zeit für euch. Zeit für, da war die Zeit leider schon vorbei. Ich bin so gespannt, was jetzt kommt. Okay, dat war brillant. Okay, der erste Begriff war Arzt von J. Na cool, das war einer. Den hat, den hat jeder von euch. Ja, der seltener. Der zweite Begriff war Tierarzt. Ähm, wer ist dat denn? Bram hat gesagt, hier Mediziner, aber leider nicht Tierarzt. Keiner hat Tierarzt gesagt. Oh. Ja, das sind ja auch keine Doktoren. Dann hat J gesagt J. Hat Christian gesagt. So, und dann, äh, Christian hat quasi gesagt Doktor J, aber das zählt für mich schon, weil, weil quasi Doktor, also Doktor war ja der vorgegebene Begriff, deswegen zählt das für mich meiner Meinung nach. Ja, deswegen hat Christian richtig den Punkt, aber sonst hat niemand J gesagt. Ich dachte halt, nach Tierarzt kommt halt J. Du bist aber kein Doktor, also. Nee, deswegen, aber ich dachte halt, nach Tierarzt kommt dann J. That's it. So habe ich die Verknüpfung gemacht. Ja, Krankenhaus habe ich gehört bei Sebastian und bei Christian. Ganz, ganz viel war mit OP und alles, was im Krankenhaus drin ist. Praxis habe ich nur bei Sepp gehört. Zahnarzt habe ich auch nicht bei Bram gehört. Hab ich es überhört? Er hat mich echt enttäuscht. Nee, oder? Er hat es nicht gesagt. Ich bin wirklich enttäuscht. Dabei war Bram so viel schon beim Zahnarzt. Ich verstehe jetzt überhaupt nicht, welchen Zusammenhang jeder hergestellt hat. Keiner hat Zahnarzt gesagt. Medizin wurde gesagt von Bram und von Christian. Frauenarzt wurde von niemandem gesagt. Augenarzt wurde von niemandem gesagt. Chirurg wurde von Bram gesagt. Uff. Ja. Allgemeinmediziner ist zu kompliziert, habe ich gesagt. Jeder hat Allgemeinmediziner, glaube ich. Aber Patient beispielsweise, Jade, das wäre auch ein richtig guter Begriff gewesen. Ja, wäre es tatsächlich. Aber dass halt nach Krankenhaus ungefähr das gesamte Krankenhausinventar kommt, statt halt was mit Doktor zu nennen. Das ist halt, den hätte ich jetzt nicht unbedingt erwartet. Wo waren die Doktorspiele? Ja, Doktorspiele. Oder der Doktortitel. Ja, stimmt. Wo war der Doktortitel? Den Doktortitel hätte ich tatsächlich machen müssen. Das stimmt. Aber ich bin halt davon ausgegangen. Ich bin immer wieder zum Doktor zurückgegangen. Und dann habe ich überlegt, was fällt mir zum Doktor ein? Und dann habe ich halt, ja. Also die Runde geht an Christian. Mit vier Begriffen. Das war lustig. Fucking Runde, ey. Und Jay kriegt damit natürlich auch die vier Punkte. Und als nächstes behalten wir Christian dann mal hier. Wie viele haben wir anderen? Drei. Bram und ich. Drei, okay. Wie sieht das überhaupt punktetechnisch aus? Drei, rei. Sepp neun, Jay zehn, Chris neun, Bram neun. Uh. Uh. Ja. Äh, was habe ich jetzt gesagt? Genau. Christian bleibt hier. Alle anderen, bis gleich. Hallo. Okay, Christian. Zehn Begriffe brauchen wir, ne? Zehn Begriffe brauchen wir. Dein Hauptbegriff ist Küche. Küche. Ja. Kochen. Kochen. Puh, ist Küche schon Pizmiet kocht? Äh. Bisher, wie war das denn? Also Bram ist zum Beispiel immer das ganze Inventar von einem Haus durchgegangen. Genau. Wenn er das in der Küche auch macht. Von Krankenhäusern, vom Krankenhäusern. Dann könnte man, dann könnte man Sachen nehmen wie Herd. Auf jeden Fall würde ich Herd nehmen. Ähm. Tja, jetzt ist natürlich die Frage, die nächste Abstufung wären Utensilien wie Pfanne oder Topf. Ein Kühlschrank würde ich auf jeden Fall, oder? Ja, Kühlschrank safe. Ähm. Aber auch so Sachen wie Pfanne oder Topf. Ja, okay, verstehe ich. Nimm man jetzt. Das könnte. Ich schreibe die mal auf, vielleicht fällt mir da noch was Besseres ein. Okay. Topf, Pfanne. Äh, Pizmiet kocht. Hm. Sehr aktuell, weil wir da eben noch drüber gesprochen haben. Aber. Könnte halt noch in den Köpfen der Leute sein. Vielleicht sagen die auch einfach Pizmiet. Könnten sollen. Pizmiet. Äh, das glaube ich nicht. Naja, hast recht. Ich schreibe mal Pizmiet kocht auf. Okay. So, bei 7. Ähm. Gibt es denn noch in der Küche? Spüle, theoretisch. Oh ja, sagt man da Spüle. Gibt es da andere Wörter für? Wasserbecken. Äh, das sagt ja keiner. Äh, Spülmaschine? Spülmaschine. Ich glaube jeder von uns hat eine Spülmaschine. Das stimmt. Ähm. Ansonsten, ja, Küche. Äh, Koch haben wir noch nicht, ne? Ja. Koch ist noch nicht dabei. Kochen hattest du. Kochen hatte ich ja. Kochen, Koch, Herdbackofen. Wie schon, was habe ich denn sonst in der Küche? Ah, nee, Taube. Also Mixer und so ein Kram. Nee, das ist zu krass. Ähm. Ich bin gerade überlegen, hat man immer so, Salz, Pfeffer ist auch zu kleinteilig. Was ist sowas wie Schublade oder Regal oder Anrichter? Habe ich auch schon überlegt, aber Küchenplatte? Arbeitsplatte heißt es, glaube ich. Ja. Ah, schwierig. Hm. Küche. Küchenfenster. Küchenboden. Küchen. Äh, was haben wir denn noch in der Küche? Also super viele Sachen eigentlich, auch Gewürze oder so ein Kram. Aber der Begriff ist ja nicht Kochen, sondern eigentlich Küche. Ähm. Hier, Küchenmaschinen, wie heißt das auch nochmal? Der, äh. Ja, Thermomix. Jay wird drauf kommen, glaube ich. Aber das, äh. Da haben wir eben auch drauf gesetzt, dass bei, äh, das Bram auf Zahnarzt kommt. Ja, stimmt. Das ist schwierig. Ähm. Nee, also die, äh, die, äh, so die ersten Sachen finde ich echt solide. Hier, kochen, Herd, Backofen, Kühlschrank, Topf, Pfanne, Pizza mit Koch. So, ja, okay. Der erste, der nicht vielleicht von jedem kommt. Brühmaschine, Koch, Gewürze. Und, ja, Gewürze. Äh, äh, hier Mülleimer. Oh. Oder Abfall. Sagt man eher Mülleimer oder Abfalleimer bei den anderen? Wir sagen eher Mülleimer. Ja, dann haben wir da zehn. Bist du zufrieden mit den zehn? Ich gehe den nochmal durch. Kochen, Herd, Backofen, Kühlschrank, Pfanne, Topf, Pizza mit Koch, Spülmaschine, Koch, Mülleimer. Ja. Alrighty. Nehmen wir Bram jetzt mal als erstes. Hallo, Bram. Hallo. Darfst du jetzt bei Christian mal den Beginn machen? Geil. Dein Begriff, oder nicht dein Begriff, sondern Christians Begriff, deine 45 Sekunden laufen danach, lautet Küche. Messer, Topf, Gabel, Schere, Licht, Löffel, Tasse, Backofen, Herz, Kühlschrank, Kühltruhe, Gefriertruhe, Gefrierschrank, Topf, Pfanne, Kessel, Wok, Kochlöffel, Holzkochlöffel, Sparschäler, Schäler, Messer, Scharfes Messer, Filetiermesser, Sieb, Trichter, Glas, Krug, Weinglas, Tasse. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon hatte, äh, Cappuccino-Tasse, Kaffeemaschine, Kaffee, Automat, Kaffee, Tee, Teebeutel. Zeit vorbei. Boah, Alter, Junge. Okay. Interesting. Nehmen wir mal als nächstes. Den... Jonathan. Jonathan. Ja, hi. Deine 45 Sekunden laufen sofort. Dein Begriff oder der Begriff ist Küche. Pizmied kocht. Messer, Gabel, Löffel, Kochplatte, Koch, Herd, Herd, äh, Kochtopf, Topf, Pfanne, Pfannenwänder, ähm, Spüle, äh, Anrichte, Kühlschrank, äh, Mikrowelle, Ofen, Backofen, äh, Backofenpommes, Penis, ähm, Thermomix, äh, Messergabel, Pfanne, was hatte ich hier noch nicht, äh, Schneiden, äh, Messerblock, Messer, hab ich schon Messer? Ne, hab ich schon. Zeit vorbei. Äh, oi, oi, oi. Äh. Messer sind hoch im Kurs. Äh, äh, äh. Ne, Messer sind hoch im Kurs. Wir haben 600 Euro Messer. Hätte ich sein nennen müssen. Verdammt. Okay, dann ziehen wir noch Sebastian. Okay, Sepp. Mhm. 45 Sekunden laufen gleich. Mhm. Der Begriff lautet Küche. Penis, äh, Kühlschrank, Waschbecken, äh, Wasserhahn, äh, warm, kalt, Untertischgerät, Arbeitsplatte, Küchenplatte, Herd, Induktion, Ofen, Ober-, Unterhitze, Oberhitze, Unterhitze, äh, äh, Schublade, Besteck, Geschirr, Teller, ähm, Messergabel, Löffel, Schere, ähm, äh, Fliesentisch, Gläser, Glas, Tasse, ähm, Einbauküche, äh, Ikea, ähm, Kühlschrank hatte ich glaube ich schon, Mikrowelle, ähm, ähm, ähm. Zeit vorbei. Ähm, verdammt. Holy Moly, Alter. Wie hieß denn nochmal hier euer, 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 Thermomix. Thermomix, ah, fuck, ey, da kam ich nicht drauf. Ja, er hätte dir auch keinen Punkt gebracht. Ah, okay. Scheiße. Bei Christian hätte ich das wirklich gedacht. Ich dachte mir, das ist nur Jay, der das eventuell hinkriegt, das war mir zu risky. Aber ein paar Sachen, die eventuell nur Jay hingekriegt hat. Ich hätte vielleicht ein Messer nehmen sollen, aber da war ich, also, das war mir zu kleinteilig. What? Weil, also, 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 also Bram war halt saugeil, weil der fing dann auch noch an, so mit Filetiermesser. Ja, ich hab immer so, komm, weißt du, Christian, günstig halt. War schon geil. Geil. Also, okay, gehen wir mal durch. Kochen. Oh, what? Hatte niemand. Ja, aber Kochen ist auch sehr abstrakt. So eine Scheiße. Ja, kommt auch noch, Jay. Keine Sorgen. Was ein Glück. Herd. Brammen, Jay und Sepp hatten alle Herd. Backofen. Alle außer Sepp, denn du hast nur Ofen gesagt. Aber nicht Backofen. Kühlschrank hatten auch wieder alle. Pfanne. Habe ich nur bei Jay gehört. Und bei Bram. Bei Bram auch, ne? Okay, sehr gut. Weil das ist das Einzige, was ich mehr als unsicher angeschrieben habe, weil ich mir nicht hundertprozentig sicher war. Bram wieder den Tumluk raushängen lassen. Ja, genau. Deswegen meine ich halt, er muss eigentlich Pfanne gesagt haben. Filetier, Wok. Topf hast du auch gesagt. Genauso wie Jay. Aber Sepp nicht. Pizmied kocht. Nur Jay. Spülmaschine. Niemand. Die habe ich verkackt. Oh mein Gott, die habe ich auch vergessen. Dafür fand ich die Kaffeemaschine im Nachhinein ganz gut. Die hätte ich vielleicht noch mal reinnehmen können. Oder Messer. Doch, wie du Kaffee trinkst. Kaffeemaschine hat keiner gesagt. Naja, stimmt. Kaffeemaschine hat glaube ich... Kaffeemaschine und Kaffeeautomat habe ich auch gesagt. Stimmt, du hast... Ja, gut, ich habe jetzt nicht aufgeschrieben, was du alles gesagt hast. Warum denn nicht? Koch hatte nur Jonathan. Mülleimer hatte keiner. Mülleimer, das gibt es ja auch noch in dieser Scheißküche. Habe ich nicht mehr, wurde mir geklaut. Also das war auch wieder eine interessante Runde. Eins, zwei, drei, vier, fünf Punkte für Brammen. Jay hat delivered. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Punkte für Jay. Und damit auch für Christian. Das war Sepp... Nicht Sepps Runde, muss ich sagen. Sepp hatte nur Herd und Kühlschrank. Das waren zwei Punkte für Sepp. Habe ich so viel gesagt, ey. Huiuiui. Okay. Letzte Runde vom großen Finale. Ich würde immer noch gerne die Küche mit dem Fliesentisch sehen. Das war nicht richtig gut. Schön die Hartz-IV-Küche. War auch irgendwas mit Untererhitzer irgendwann? Da dachte ich auch so. Unter Tischgerät. Ja, irgendwann ist Sepp in seinen Ingenieursmodus gewechselt. Was ist denn Untertischgerät? Das ist ein Warmwassererhitzer unter der Spüle. Wenn du keinen Warmwasserer-Anschliffst direkt hast, hast du... Ach, das Ding. Guter, alter Untertischgerät. Das sage ich auch immer als erstes. Wenn wir Küche... Ja, das hat mir früher aber auch. Ja, gut. Sie haben einfach alles gesagt, was ihm eingefallen ist. Alles, was bei uns in der Küche ist. Okay, dann Bram. Bram bleibt hier. Wir machen das. Hau ich weg. Okay, Bram. Ich habe hier wieder einen schönen Begriff für dich rausgesucht. Der da lautet Aktien. Die kennen sich ja alle nicht damit aus, Peter. Ja, aber du musst dich quasi da hineinversetzen, weil die dazu sagen. Börse. Okay. Geld. Guck mal, das ist doch schon ein solider Start. Aktienkurs. Kurs schreibe ich dann auf, wenn sie es einzeln sagen oder mit Aktien, ist egal. Ach so, wenn das Kombi-Wort. Genau, wenn der Hauptbegriff quasi als erstes... drin ist. Ja, genau. Okay, okay. Tja, okay. Was gibt es denn dann noch? Es gibt auch richtig viel, aber was können Sie denn wissen? Boah, Peter ist mit... Finanzen. Meinst du, die sagen Bram? Könnte sein, aber bei Jay hat auch... Ja, bei Doktor hat keiner Jay gesagt. Das ist richtig, aber Jay ist auch kein Doktor. Gut, du bist jetzt auch keine Aktie, aber... Ja, aber du hast... Hat man Geld schon? Ja. Das ist bisher Börse, Geld, Kurs, Finanzen. Man könnte noch sowas wie Sturz beispielsweise oder Krise oder Gewinn oder... Crash. Crash. Crash, ja, auf jeden Fall. Boah, ja, kommen wir dem Bram auch noch. Okay. Boah, Junge, Peter, ey, das ist krass, sich da in den Kopf von Christian Schachel aus reinzupassen. Das ist gar nicht über mir. Ähm. Boah. Boah, bitte, 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 bitte. Äh, wissen Sie, dass in Frankfurt eine Börse ist? Na, weiß ich nicht. Gehen die vielleicht auf Länder ein? USA. USA auch nicht. DAX könnte man noch kennen. DAX könnte man kennen. Ich meine, man weiß auch, dass Aktienkurse steigen und fallen. Vielleicht ist das noch irgendwie relevant. Oh, ja, stimmt. Ja, komm, dann... Wie viel haben wir? Sieben? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, ja. Ja, nehmen wir noch steigen und fallen. Also, einmal steigen und einmal als zweiten Begriff fallen. Ja, zwei Begriffe, ja. Ja, und dann hoffen wir einfach mal darauf. Und dann Euro. Oh, auch gut, finde ich. Ah, wobei... Na, gucken wir mal. Ah, mal gucken, ob das gut ist. Schwierig. Da waren schon so einige Begriffe bei, wo ich dachte, ah ja, das ist gut. Und dann sagt den Keiler. Äh, die Spülmaschine in der Küche zum Beispiel. Mhm. Genau. Okay. Ja, nehmen wir die. Wer hat denn noch nicht angefangen? Christian hat noch nicht angefangen. Dann starten wir mal mit dem. Hallo, Christian. Äh, bist du da? Ja, okay. Ja, ich habe Bram gerade noch zugehört. Er hat gerade noch gesagt Französisch. Was? Bram war gerade bei mir. Ach so. Ja, nee. Okay, seit 45 Sekunden laufen sofort. Der Begriff ist Aktien. Aktie, Aktie. Ähm, Börse, Broker, ähm, Aktienkurs, ähm, Gewinn, Verlust, kaufen, verkaufen, Frankfurter Börse, Londoner Börse, New Yorker Börse, ähm, DAX, ähm, Nasdaq, ähm, pfff, ei, 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 ähm, börsennotiertes Unternehmen. Ähm, AG, ähm, oh Gott, was ist denn noch? Dow Jones, ähm, USA, ähm, Aktiencrash. Okay, Zeit vorbei. Was ist ein Crash? Das ist nicht ein Aktiencrash. All die, all die Sachen, die ich gesagt habe, die, die, weißt du, wo ich mir dachte so, geht irgendeiner auf Länder? Nee, Länder sind glaube ich bezüglich Beziehung. Nee, dann checkt die alles nicht, so. Und dann haut Christian richtig raus, oh mein Gott. Okay. Ha. Äh, okay, wen nehmen wir denn jeeeetzt? So, nehmen wir doch einfach mal den Sepp. Sebastian. Servus. Hi. Servus. Ach, nee. Schönern. 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 Dann laufen deine 45 Sekunden sofort. Dein Begriff lautet Aktien. Aktien, 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 Anlage, Investment, Fonds, ETF, ähm, Bulle, Bullenmarkt, ähm, Bäre, Bärenmarkt, ähm, Corona, ähm, Prozent, fallende Kurse, steigende Kurse, ähm, dumm, 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 nestag, äh, 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 Dow Jones, ähm, Dow, äh, S&P 500, äh, düp, 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 äh, TechDAX, DAX, äh, DAX-Unternehmen, äh, Firmen, Konzerne, Aktie, Aktien, Papier, ähm, Fonds. Zeit vorbei. Ich möchte kurz darauf hinweisen, dass Jay das Pattern erkannt hat. Was ist denn das Pattern? Ja, er meinte zumindest, oh Bram, da kommt jetzt was mit Steuer oder so. Stimmt. Ja, das ist richtig, ich habe halt versucht. Ich bin sehr gespannt. Jay. Hallo. Jay hat mal wieder das Pattern gesucht, habe ich gehört. Zurecht, deine 45 Sekunden lauten sofort. Der Begriff lautet Aktien. Aktien, Aktien, äh, Aktien, Börse, äh, Frankfurt, Stier, äh, Alter, Aktien, ich kenne keine Ahnung, äh, Nintendo, äh, DAX, äh, Nikon, äh, wer ist denn das denn? Dow Jones, äh, Alter, da bin ich ganz schlecht, Euro, Dollar, äh, Äh, Yen, Rubel, äh, äh, Uiuiui, äh, Aktienfonds, äh, Fonds, Gesellschaft, Aktiengesellschaft, äh, UG, CoKG, äh, AG. Okay, seid vorbei. Äh, Gott, Alter, Aktien, da käme ich gar nicht aus. Also, das ist wirklich, erst mal, wieso habt ihr alle angefangen mit Aktien, Aktien? Das habt ihr alle als allererstes gesagt. Wir haben uns überlegt, ob Bram so denkt. Ja. Nee, also, Peter, Peter hat mir gesagt, dass das Kernwort vorne immer als gegeben zählt, z.B. Aktien, Kurs, reicht Kurs oder Aktien, Kurs, zählt beides. Aber wir hätten jetzt gedacht, jetzt kommt Baum, dann hätten wir Baum, Baum gesagt. Wir hatten, wir hatten da eine lustige Konvention vorher. Wir hatten ein lustiges Gespräch. Aber ich fände zuvor, weil, Alter, ich kenne keine Ahnung, ist mein Traumspunkt. Also, ich hätte zehn Punkte geben, wenn Uiuiui dabei ist. Also, das war das beste Beispiel, so, wie geht man an dieses Spiel ran? Bram hat versucht, so möglichst allgemein und breit fassende Begriffe zu nehmen, für Leute, die damit nicht so drin sind. Und ihr habt versucht, tatsächliche Special-Begriffe zu nehmen. Das Problem ist, es gibt ja Milliardenbegriffe. Ja, das ist richtig. Aber Bram hat es halt versucht, allgemein zu halten, wie beispielsweise Börse. Börse wurde von Christian und von Jay gesagt. Geld. Hat keiner gesagt. Ich habe doch Geld gesagt, oder? Was Geld denn der? Ich meine nicht. Habe ich nicht Geld gesagt? Ich meine schon, ich hätte Geld gesagt. Also, ich weiß es nicht, aber ich glaube schon. Weiß euch jetzt nicht. Okay, ja, dann nicht. Wenn du meinst, wenn ihr alle nicht gehört habt, dann nicht. Jay, wie gesagt, ich weiß nicht bei mir selber nicht mehr, weil ich gesagt habe. Kurs. Habe ich bei Christian gehört. Habe ich auch gesagt. Aktienkurs. Kurs. Hallo? Hast du? Okay, ich möchte was bei dir. Du musst das, also, okay. Jetzt musst du wirklich nochmal ... Also, jetzt bin ich mir echt nicht mehr ... Als ob ich zweimal denke, dass ich das gesagt habe und jetzt nicht gesagt habe. Habe ich mich verklickt vielleicht? Okay. Finanzen. Das habe ich nicht gesagt. Hat keiner gesagt. Crash hat Christian gesagt. Bram hat keiner gesagt. Also, das eigene Name nehmen, keine gute Idee. Dax haben alle gesagt. Na, immerhin. Steigen. Sepp. Fallen. Sepp. Echt? Steigen und fallen? Oh mein Gott. Ja. Steigen und fallen. Gewinn und Verlust gesagt. Und kaufen und verkaufen und ich habe mich so geärgert. Oh mein Gott. Und Euro hat Jay gesagt. Ach du Kacke. Aber da war auch wieder eine Premium-Runde von uns. Ich würde ja auch alle mit dem Bullen uns so angekommen sein. Weißt du, ich dachte mir so, nee, das war ... Ja, Bram, ey, wir hören uns doch vor der Frankfurter Börse. Ja, ich weiß, aber ich habe mit Peter noch so diskutiert, so, ja, soll ich fragen ... Nee, keine Orte. Nee, bestimmt keine Orte. In Zweifel wissen die jetzt nicht, wo die Börse sind, so, weil ... Das habe ich für uns für Kernbehindert. Hat Bram halt so gedacht. Aber ich muss mir jetzt mal kurz Jay's anhören. Wie heißt der nochmal? Broad Street? Nee, wie heißt der nochmal? Wie heißt der nochmal? Die Stadt in Manhattan. Wall Street. Wall Street, so heißt die. Wall Street. Wall Street, hätte man nur sagen können. Okay, also, bei Geld und bei Kurs waren wir uns nicht sicher. Jay meinte, er hätte es gesagt. Und er hat beides nicht gesagt. Nice, Jay. Nice. Nice. Wie sicher ich mir war, so, ja, mhm, habe ich gesagt. Aber Jay kennt ja auch keine Ahnung. What the fuck. Zumindest in dem Fall habe ich dann richtig zugehört. Wie sicher ich mir war, dass ich das gesagt habe. Krass. Also, außer ich habe mich jetzt zweimal überhört, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Das wäre so geil. Das wäre so geil. Du hast ja nicht gesagt. Das wäre so geil. Okay, also, das heißt, Christian hat vier Punkte, Sebastian hat drei Punkte und Jonathan hat auch drei Punkte. Oh, ich habe gewollt. Christian hat die meisten Punkte geholt. Die vier Punkte gehen dann auch an Bram. Dann haben wir jetzt das große Finale. Da schreibe ich mir das aber sicherheitshalber mal kurz auf ein Blatt Papier. Okay, die Reihenfolge ist folgendermaßen. Sepp beginnt. Danach kommt Brammen. Ich schreibe es mal kurz in TS. Also, ja. Sepp, Brammen, Jay, Chris. Okay. Das ist die Reihenfolge. Und dann wieder von vorne. Und ihr habt anderthalb Minuten Zeit insgesamt, um mir Begriffe zu nennen, die ich mir ausgedacht habe zu einem bestimmten Thema. Mhm. Für jeden Begriff, den ihr richtig habt, als erstes bekommt ihr einen Punkt. Wenn ihr einen Begriff nennt, der schon mal genannt wurde, also den ihr selber oder jemand anders schon genannt habt, ist scheißegal. Dann gibt es keinen Punkt dafür, sondern dann ist der nächste wieder dran. Bitte achtet auf die Reihenfolge, weil da kann ich nicht gleichzeitig auch noch drauf achten. Und eure anderthalb Minuten laufen, sobald ich euch den Begriff genannt habe. Und ab dann kann Sepp starten. Der Begriff lautet Ikea. Äh, Billiregal. Jagdzeug. Die, ähm, Fackklöpse. Schweden. Äh, Kötbola. Scheiße, Einkaufswagen. Blau. Möbel. Gelb. Kehr. Sitz. Bett. Ausflug. Möhrebrö. Hotdog. Voll. Äh, überfüllt. Essen. Frühstück. Gelb. Kinderland. Möbelhaus. Smöhrebrö. Möhreland. Nein. Äh. Sch... Bett. Aber Smallland, sag ich. Smallland. Oh, Smallland. Äh, Tüte. Äh, blaue Tüte. Schraubenzieher. Gelbe Tüte. Werkzeug. Einkaufstüte. Hammer. Kitchenplaner. Kitchenplaner. Äh, Self-Service. Küchenplaner. Pax. Regal. Billy. Schweden. Bett. Äh, Stuhl. Kette. International. Rank. Arm. Günstig. Möbelhaus. Okay, Zeit vorbei. Okay. Fuck, eins. What the fuck, Tyler. Die Klöpse, ey. Peter, du hast doch gesagt, die Klöpse. Smallland. 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 Smallland heißt das. Smallland. Gehen wir mal durch. Ikea. Möbel war mein erster Begriff, der als erstes genannt wurde von Christian. Juhu. Schweden war mein zweiter Begriff, der als erstes genannt wurde von Christian. Köttbullar war mein dritter Begriff. Köttbullar. Hackfleisch bin ich hier. Klöpse, hab ich auch gehört. Klöpse. Ja, aber mit mir der Name nicht mehr ein, Mann. Sepp hat jetzt nicht weggesnackt, weil er hat dann korrekterweise gesagt, Köttbullar. Dann kam Jay, Hotdog. Hotdog hab ich aufgeschrieben. Ja, das Essen bei Peter ist gut. Ja. Blau hab ich auch aufgeschrieben. Fuck. Und das hat Jay als erstes gesagt. Aber Sepp sag nicht fuck, denn du hast dann smarterweise dann gelb gesagt. Oh, gelb war auch richtig. Ja, gelb war auch richtig. Dann hatte ich Holz. Oh, Alter. Das hat als Einzelbegriff niemand gesagt. Lager. Niemand. Anleitung. Niemand. Knut. Niemand. Ah, stimmt. War ganz schön gut. Ich hab null Punkte. Stimmt. War das denn mit Pax und ihr, äh, Billy und wie so alle. Ich fand die aber alle trotzdem, meine Begriffe, auch Ikea nah. Ja, waren auch gut. Waren auch gut. Also Lager, da musst du ja auch schon sagen. Aber eine Anleitung ist ja wohl sehr bekannt. Es gibt ja auch sehr viele Begriffe. Okay, also Sepp konnte nochmal seine 14 Punkte verbessern. Das reicht aber nicht. Naja, du hast jetzt 16 Punkte. Ja, aber nicht für Bramme reicht das. Nee, für Bramme reicht das nicht. Bramme hat zwar null Punkte dazu geholt, aber ist immer noch vor Sebastian mit 18 Punkten. Der Kampf zwischen Christian und Jonathan. Beide haben 20 Punkte vorm großen Finale gehabt. Christian hat jetzt zwei Punkte richtig, hat 22. Und Jonathan hat zwei Punkte richtig. Die können Buller waren. Die können Buller waren. Das heißt, selbst nach dem alles eigentlich entscheidenden Finale haben wir die unglaubliche Situation, dass wir zwei Leute mit der gleichen Punktzahl haben. Glückwunsch, Christian. Ja, Glückwunsch. Also, herzlichen Glückwunsch an euch beide. Und das war mal wieder 10 gegen Willi. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wie viel Schoten da gebracht wurden. Tschüss. Haut rein. Ciao. Tschüss.